Also, ich habe ja eigentlich alles. Ich habe ja alles. Mehr kannst du ja nicht haben, außer als ich verkältet bin. Ich habe jetzt keine so wahnsinnigen Wünsche. Ich möchte nur Ruhe haben, keine Pressekonferenz. Nein, ich habe ja nur eine in der Woche. Manche haben ja jeden zweiten Tag. Nein, Ruhe, lesen, Feuerchen machen. Und Liedlich singen oder irgendwas. Ein bisschen spazieren gehen. Und einfach das andere halt, was ihr auch alle wollt. Mit der Familie was machen und den Alltag unterbrechen. Was gutes Essen natürlich. Gutes Schluck Wiedtrinken.